Lean Management haben wir schon ausprobiert, hat aber nicht geklappt. Lean ist doch nur für die Fertigung, wir sind aber eine Agentur, ein Dienstleister, eine Projektgesellschaft. Auf jeden Fall haben wir keine Fertigung. Und dann haben alle zwei Wochen lang richtig aufgeräumt und Stellplätze für jeden Loch markiert. Und nach zwei Wochen war alles wieder alles beim Alten. Wie oft habe ich gehört, Lean Management funktioniert nicht, weil... Und jetzt kommt irgendein Argument. Lean funktioniert, auch bei Ihnen, aber vielleicht sollte man seinen Blick darauf ändern. Wie ich das meine, das ist Thema dieses Videos. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Lean Management wird oft mit der Anwendung von verschiedenen Werkzeugen und Tools verwechselt. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich 5S. Wir räumen alle auf und alles wird gut. Nein, es wird eben nicht gut. Nur weil ich den Locher in einem markierten Platz auf dem Schreibtisch stelle. Aber ansonsten weiter aber weiter wie bisher. Lean beginnt mit der Sicht auf den Menschen im Unternehmen. Das ist der Ausgangspunkt. Und unsere deutsche Sprache ist so wunderbar dafür geeignet, den richtigen Begriff zu finden, der die japanische Verhaltensweise oder den Sinninhalt richtig wiedergibt. Dazu ein Beispiel. Wenn wir von einem Angestellten sprechen, dann hat er derzeit eine Anstellung. Er hat einen Vertrag zu erfüllen, indem er seine Freizeit gegen ein Entgelt eintauscht. Manchmal stellt er sich auch an. Es sagt nichts darüber aus, was man erreichen möchte. Ein Mitarbeiter arbeitet mit. Aber woran eigentlich? Was ist denn das große Ziel, an dem man mitarbeitet oder an dem man mitwirkt? Und genau hier beginnt das Problem. Lassen Sie mich im Laufe dieses Videos mit einer Illustration schrittweise aufbauen. Im Zentrum steht eine Vision eines Werkes, das wir gemeinsam erschaffen wollen. Das kann zum Beispiel die Vision sein, dass Menschen großartige sportliche Erfolge feiern können, indem sie mit dem von uns produzierten Sportgerät verletzungsfrei ihre Grenzen überwinden. Egal, ob mit einem Rennrad, einem Lawinenrucksack oder mit einem Stab für den Stabhochsprung. Oder bequem und kostengünstig mit ihren Lasten von A nach B kommen. Das kann in einem Auto oder in einem Lastenfahrrad sein. Der Punkt ist, es braucht ein gemeinsames Ziel. Und um dieses Ziel, diesen Nordstern zu erreichen, finden sich Menschen freiwillig zusammen, um am großen Werk mitzuarbeiten. Niemand arbeitet in einem halbwegs zivilisierten Land in einer Fabrik mit einer Fußfessel mit so einer Eisenkugel an Ketten dran, sondern er tut dies in der Regel freiwillig. Es haben sich also mündige Bürger freiwillig zusammengefunden, um etwas zu bewirken, etwas zu erschaffen. Das ist aus meiner Sicht der zentrale Ausgangspunkt für Lean Management. Und dieser Ausgangspunkt ging leider in vielen Management-Etagen verloren. Erschaffen Sie als erstes diese gemeinsame Vision. Und wie das geht, das habe ich hier in diesem Video ausführlich dargestellt. Schauen Sie mal mit rein. Es lohnt sich sehr, über das Thema Vision nochmal vielleicht aufzuarbeiten und zu rekapitulieren. Es haben sich also Menschen zusammengefunden, um an einem gemeinsamen Werk zu arbeiten, was man alleine nicht bewerkstelligen könnte oder nicht schaffen würde. Und um das Heeresziel, die Vision zu erreichen. Wenn diese Menschen so zusammenarbeiten, dass es mit möglichst geringem Aufwand erreicht wird, beziehungsweise mit geringem Aufwand erreicht wird, als es der Konkurrent tut, dann werden diese Menschen erfolgreich sein. Dann wird diese Organisation, die sich diese Menschen gegeben haben, also das Unternehmen, ökonomisch erfolgreich sein. Den sinnlosen Aufwand weglassen, das ist der Kern von Lean Management. Dass für die Katz arbeiten oder sich selbst ein Bein stellen, das muss weniger werden, damit die Arbeit leicht von der Hand kommt. Damit sie auf Anhieb gelingt. Und darüber gemeinsam nachzudenken, wie das gelingen kann, das ist Lean Management. Das Zusammenfinden mündiger Bürger, die darüber nachdenken, wie die Arbeit leicht von der Hand geht. Und jetzt kommen dann auch die Lean-Prinzipien zum Vorschein. In einem Rutsch die Arbeit erledigen, ist nichts anderes als das Fließprinzip. Nur um das zu arbeiten, was wirklich gebraucht wird und sich nicht unnötig mehr Arbeit aufzuhalzen, das ist das viel zitierte Pull-Prinzip. Ein großartiges Produkt oder eine großartige Leistung zu erbringen, die den Kunden begeistert, ist das Streben nach Perfektion. Der Betrachtungswinkel ist aber hier der Kunde und nicht das Produkt. Oft fügen wir eine weitere Funktion, einem Produkt hinzu, die der Kunde gar nicht wünscht oder gar nicht bedienen kann und ihn nur verwirrt oder er überhaupt nicht braucht. Nur weil wir es können oder weil es geht, nicht weil es sinnvoll aus Sicht des Kunden ist. Denken Sie mal an das Betriebssystem Windows. Es gibt hunderte von Artikeln über Funktionen, die Microsoft umgesetzt hat, aber dem Kunden letztendlich enttäuscht oder nur verwirrt oder irgendwas nicht mehr gefunden hat. Jetzt erst kommen die vielen Tools zum Einsatz, die Lean Management bietet. Diese Tools sind nichts anderes als das Erfahrungswissen aus dem Nachdenken, wie die Arbeit leichter von der Hand geht. Beispiel 5S. 5S ist eben nicht nur Aufräumen. Es geht gar nicht nur ums Aufräumen, sondern es geht darum, dass man nachdenkt, wie man sich seinen Arbeitsplatz optimal einrichtet, damit die Arbeit leicht von der Hand geht. Und wenn ich etwas inspiziere und vielleicht aussortiere und etwas reinige und etwas in der Hand habe und mir schaue, wo es einen richtigen Platz findet, dann ist das auch eine Inspektion an der Sicht einer Art von Wartungsarbeit, vorbeugende Instandhaltung. Wenn ich meine Arbeitsmaterialien auf einen Blick sehen kann und sie nicht suchen muss und diese in einem guten Zustand sind, dann geht mir die Arbeit eben leichter von der Hand, als wenn das nicht der Fall wäre. Und Sie merken, es ist egal, ob Sie diese Arbeitsmittel jetzt ein Schraubenzieher an einem Schattenbrett ist oder ob das Dateien auf einem Netzwerkspeicher sind. Sie müssen griffbereit sein, wenn ich sie brauche. Und wie oft haben Sie schon an irgendwelchen Netzwerkspeichern irgendwelche Excel-Dateien, PowerPoints, Word-Vorlagen oder Ähnliches gesucht und erst nach längerem Suchen irgendwann gefunden. Und auch nur die Arbeitsmittel, die ich jetzt wirklich benötige, Spezialwerkzeug für die Maschine von nebenan, sind für mich als Maschinenführer ebenso irrelevant wie die Excel-Dateien meines Nachbarteams, wenn ich im Büro arbeite. Also es kommt immer darauf an, habe ich mein Werkzeug, damit mir die Arbeit leicht von der Hand geht. Und das Gleiche gilt auch für die oft überstrapazierten Kanban-Systeme. Hier geht es darum zu signalisieren, dass ich einen Bedarf an meine Kollegen aus dem vorgelagerten Bearbeitungsschritt habe. Es ist ein Kommunikationsmittel und kein Werkzeug zur Mitarbeiterüberwachung. Lean Management kam über den Umweg des angloamerikanischen Raumes zu uns und wurde vom Japanischen oft erst ins Englische und dann ins Deutsche übersetzt. Dabei sind die deutsche und die japanische Mentalität sich oft viel näher. Die deutsche und die japanische Handwerkskunst haben viele Gemeinsamkeiten. Das Tüftel dann der perfekten Problemlösung sind Tugenden, die beide Kulturkreise miteinander verbinden und diese schon seit langem kennen. Lassen Sie uns Lean Management nicht durch das Wort Verschwendung definieren, sondern das gemeinsame Nachdenken, wie wir unsere Arbeit so gestalten, dass sie leichter von der Hand geht und nichts für die Katze ist. Lassen Sie uns alle im Unternehmen auf diese Reise mitnehmen. Mit diesem Gedankenansatz funktioniert Lean Management in jeder Art Unternehmen, auch in Ihrem Unternehmen. Machen Sie Lean zu einer Geisteshaltung und nicht zum Werkzeugkasten mit irgendwelchen Tools, die ausgerollt werden müssen. Und dazu nochmal ein ganz billiges Beispiel. Ein Winzer pflegt seinen Weinberg, er erntet tolle Trauben, er kältet einen leckeren Wein und verkauft diesen letztendlich. Sie haben hart gearbeitet, um sich mit Ihrem Geld, Ihrer Arbeit, diese Flasche Wein vor diesem Winzer zu kaufen. Jetzt wollen Sie ihn genießen und Sie eröffnen den Wein und der Wein korkt. Sowohl Ihr Geld ist verbrannt, als auch die ganze Mühe des Winzers war für die Katz, weil der Wein verdorben ist und eben nach Korken schmeckt. Ist es das wirklich wert? Ist das nachhaltiges Arbeiten? Und weil das so oft passiert, hat man darüber nachgedacht, wie man die Weinflasche verschließen kann, ohne dass man Gefahr läuft, der Wein würde verderben. Und das Ergebnis sind dann eben Schraubverschlüsse oder Kunststoffkorken oder auch spezielle Glasverschlüsse und ähnliches. Und diese Verschlüsse sind eben das Ergebnis des Nachdenkens über sinnlose Arbeit. Über das Eliminieren von für die Katz arbeiten. Denn verdorbener Wein ist sinnlos. Er ist einfach für die Katz. Und wie lange hat es gedauert, bis das von einer breiten Masse von Konsumenten verstanden war, dass es jetzt nicht darum geht, einen Korken jetzt irgendwie die Weinkultur zu zerstören, sondern dass es darum geht, wie können wir verhindern, dass Winzer und Konsument beide für die Katz arbeiten. Lean Management ist also eine Geistershaltung, eine lange Reise. Sie lässt sich nicht verordnen. Schon gar nicht von der Geschäftsführung. Darum scheitern auch so viele Lean-Initiativen. Wie denken Sie jetzt darüber? Wie ist Ihr Lean-Ansatz im Unternehmen eher technik- und toolorientiert? Oder ging es bei Ihnen im Unternehmen wirklich auch um diese Geistershaltung? Wie erfolgreich war denn eigentlich Ihre Lean-Initiative? Schreiben Sie mir gerne Ihre Erfahrungen und Kommentare hier unten rein und lassen Sie uns gemeinsam darüber diskutieren, damit weniger Lean-Initiativen scheitern und die viele Mühe eben nicht für die Katz war. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.